Wenn Sie sehen, wie ein Jugendlicher oder Erwachsener kollabiert, ist es wichtig, schnell zu handeln. Ein Leben zu retten ist einfacher, als Sie denken. Helfen Sie mit einer Hands-Only-HLW. Zuerst sollten Sie immer einen Notruf absetzen oder jemand anders darum bitten. Beugen Sie sich dann über die betroffene Person, setzen Sie den Ballen der einen Hand in der Mitte des Brustkorbs an und legen Sie die andere Hand darüber. Drücken Sie dann kräftig und schnell auf die Mitte des Brustkorbs, bis Hilfe eintrifft. Es ist wichtig, zwischen 100 und 120 Kompressionen pro Minute durchzuführen. Dies entspricht in etwa dem Tempo dieses Songs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir alle hoffen, dass wir die Hands-Only-HLW nie anwenden müssen. Aber wenn Sie einen Jugendlichen oder Erwachsenen kollabieren sehen, scheuen Sie sich nicht. Denken Sie daran, einen Notruf abzusetzen und drücken Sie dann kräftig und schnell auf die Mitte des Brustkorbs, bis Hilfe eintrifft. Ihr Handeln kann Leben retten. Weitere Informationen finden Sie unter international.hardt.org Erwachsenen